So und vom Balkonkasten jetzt zum Werkzeugkasten von Lokalzeitzuschauer Rolf-Peter Polus aus Recklinghausen. Der wollte nach dem Urlaub im Garten arbeiten. Sein Werkzeugkasten steht auch draußen in so einem geschützten Regal. Und siehe da im Kasten Nachwuchs. Fünf kleine Drosseln. Er hat sich das Werkzeug jetzt erstmal beim Nachbarn geliehen, bis die hier wieder aus seinem Kasten ausgezogen sind. Vielen Dank für das Foto. Wir gucken noch auf die Wetteraussichten.